Hallo Freunde, wir befinden uns gerade im Amazonas-Dschungel, wo wir in geheimer Mission unterwegs sind. Wir? Das sind die drei Kobe-Brüder Max, Louis und Flan. Hier gibt es eine große Dino-Forschungsstation und waschechte Dinosaurier, die Millionen von Jahren überlebt haben. Ist das nicht verrückt? Niemand weiß von ihnen, außer uns. Ab heute sind wir das Team Dino und erforschen gutmütige Pflanzenfresser und gefährliche Fleischfresser. Einer für alle und alle für einen! Habt ihr Lust, uns bei unseren Forschungen zu unterstützen? Dann seid live dabei und folgt den spannenden Abenteuern von Team Dino!